Damit am Melkstand der Milchfluss beginnt, wird das Euter von Hand angerüsten. So bezeichnet der Bauer das Reinigen, kurze Anmelken und Massieren des Euters. Die Paarspritzer Milch in den Probebecher dienen auch gleich einer ersten Kontrolle von Farbe und Aussehen. Früher wurden die Kühe in Mühe von der Arbeit mit der Hand gemolken. Das ist gar nicht so einfach und erfordert einige Übung und Geschick. Heute erledigt das eine Melkmaschine. Ihre vier Zitzenbecher werden an das gereinigte Euter angesetzt. Jede Kuh wird über eine Nummer vom Computer automatisch erfasst. Er vermerkt auch die jeweils ermolkene Milchmenge. Und die ist in acht bis zehn Minuten abgesaugt. Übrigens, die Kühe kommen gern zum Melkstand. Das Melken tut ihnen nicht weh. Dabei soll es ruhig zugehen. Werden die Kühe erschreckt, kann das den Milchfluss bremsen. All right, die Sektion ist auf. Ich weiß, ob ich das mit einem Handtübchen kann. Ich habe eine Sektion. Wir werden den einen mit dem einen going und dann den Sektion auf den anderen. Und diese sind einfach nur Air-Tubes, Vacuum Lines. Der Melk geht nur von der Teat in die Pail. Dann schnapp die Knochen. Wenn einer Knochen ist, dann schnapp es auf. So es kann sichern für die andere Knochen. Okay, so that's done. We're all finished. Just in two minutes. Don't be so contagious. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.